Na Gonzo? Bist du süß? Bist du am Schlafen? Bist du so ein müder Mops? Das Video für dich langweilig. Erzähl den Leuten doch was. Na, nur angucken. Da guck, hier ist ne Hand. Mops. Nein. Müde Mops. Mal hier zentrieren so. Ich meine, erkennt man auch mal was. Hallo Mops. Hallo Mops. Buh buh buh. Buh. Hellwach. Nein. Hallo. Ich bin hier drüben. Also. Hallo. Ok, dann nicht. Noch ein Abflusswort? Will ich noch irgendwas sagen, Gonzo? Nein? Ok. I can understand it. Mops.